Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, sagte er, »sei gesund.« Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm, niemand etwas zu sagen. »Sondern geh zum Priester«, sagte er, »laß dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. So sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist.« Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Während dieser Zeit geschah einmal Folgendes. Jesus sprach gerade zu den Menschen, und vor ihm saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Ortschaften Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen waren. In Jesus war Gottes Kraft an Werk und trieb ihn dazu, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare herbei. Sie wollten ihn in das Haus hineintragen und vor Jesus niederlegen, aber wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu Jesus durchkommen. So stiegen sie auf das Dach, deckten einige Ziegel ab und ließen die Bahre mit dem Kranken mitten in der Menge genau vor Jesus nieder. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Kranken, »Du Mensch, deine Schuld ist dir vergeben.« Die Gesetzeslehrer und Pharisäer dachten, »Was maßt er sich an, dass er eine solche Gotteslästerung auszusprechen wagt? Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand!« Aber Jesus wußte, was sie dachten, und fragte sie, »Was macht ihr euch da für Gedanken?« »Was ist leichter, zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf und geh umher?« »Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben.« Und er sagte zu dem Gelähmten, »Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause.« Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott. Eine große Erregung erfasste alle, die versammelt waren, und auch sie priesen Gott. Von Furcht erfüllt sagten sie, »Unglaubliche Dinge haben wir heute erlebt.« Als Jesus mit den drei Jüngern am nächsten Tag den Berg hinunterstieg, kamen ihm viele Menschen entgegen. Aus der Menge rief ein Mann zu ihm, »Lehrer, ich bitte dich, sieh nach meinem Sohn. Er ist mein einziges Kind. Ein böser Geist packt ihn, lässt ihn plötzlich aufschreien, zerrt ihn hin und her, bis ihm der Schaum vor dem Mund steht, und lässt ihn kaum wieder los. Er richtet ihn noch zugrunde. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht.« Jesus antwortete, »Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die Gott nichts zutraut. Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bring deinen Sohn hierher.« Als der Junge kam, riß ihn der böse Geist zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus sprach ein Machtwort zu dem bösen Geist, machte den Jungen gesund und gab ihm seinen Vater zurück. Da erschraken alle sehr über die Macht und Größe Gottes. Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, »Frau, du sollst deine Krankheit los sein.« Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Da griff der Synagogenvorsteher ein. Er ärgerte sich, dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt hatte und sagte zu der Menge, »Die Woche hat sechs Tage zum Arbeiten, also kommt an einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat.« Der Herr erwiderte ihm, »Ihr Scheinheiligen, jeder von euch bindet doch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die eine Tochter Abrahams ist, 18 Jahre lang hielt sie der Satan gebunden, und sie sollte nicht an einem Sabbat von dieser Fessel befreit werden dürfen?« Als Jesus das sagte, mussten alle seine Gegner sich geschlagen geben. Aber die ganze große Menge freute sich über all die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen, in das Haus eines der führenden Pharisäer, und die dort versammelten Männer beobachteten ihn genau. Auf einmal stand vor Jesus ein Mann, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, »Ist es nach dem Gesetz Gottes erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen oder nicht?« Sie gaben ihm keine Antwort. Da berührte Jesus den Kranken, machte ihn gesund und ließ ihn gehen. Dann sagte er zu den Anwesenden, »Wenn einem von euch ein Kind in den Brunnen fällt oder auch nur ein Rind, holt er es dann nicht auf der Stelle heraus, auch wenn es gerade Sabbat ist?« Sie wussten nicht, was sie dagegen vorbringen sollten. Nachdem Jesus zwei Tage dort geblieben war, verließ er die Gegend und ging weiter nach Galiläa. Er selbst hatte gesagt, »Kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat.« Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Leute freundlich auf. Sie waren nämlich beim Passerfest in Jerusalem gewesen und hatten alles gesehen, was er dort während der Feiertage getan hatte. In Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kafarnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm und bat ihn, »Komm doch nach Kafarnaum und mach meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben.« Jesus sagte zu ihm, »Ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht.« Der Beamte bat ihn, »Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt.« »Geh ruhig heim«, sagte Jesus zu ihm. »Dein Sohn lebt.« Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten, »Dein Sohn lebt.« Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe, und sie antworteten, »Gestern Mittag um ein Uhr hat das Fieber aufgehört.« Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, »Dein Sohn lebt.« Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Dieses zweite Wunderzeichen vollbrachte Jesus, als er von Judäa wieder nach Galiläa gekommen war. Bald darauf war ein jüdisches Fest, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt, und fragte ihn, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete, »Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.« Jesus sagte zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Gehalten, »Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen.« Er antwortete, »Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh.« Da fragten sie ihn, »Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat?« Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte, »Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen.« Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Jesus aber sagte zu ihnen, »Mein Vater ist ständig am Werk, und deshalb bin ich es auch.« Daraufhin waren sie noch fester entschlossen, ihn zu töten. Denn Jesus setzte nicht nur die Sabbatvorschriften außer Kraft, er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus, »Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern?« Jesus antwortete, »Weder er ist schuld, noch seine Eltern.« Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes und befahl ihm, »Geh zum Teich Shiloach und wasche dir das Gesicht.« Der Mann ging dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. Da sagten seine Nachbarn und die Leute, die ihn vorher als Bettler gekannt hatten, »Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte?« Einige meinten, »Das ist er.« Andere sagten, »Nein, er ist es nicht, er sieht ihm nur ähnlich.« Der Mann selbst bestätigte, »Ich bin es.« »Wieso kannst du auf einmal sehen?«, fragten sie ihn. Er antwortete, »Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, »Geh zum Teich Shiloach und wasche dein Gesicht.« Ich ging hin, und als ich mich gewaschen hatte, konnte ich sehen. »Wo ist er?«, fragten sie ihn. Er antwortete, »Ich weiß es nicht.« »Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gottes, nicht regnen zu lassen, da fiel dreieinhalb Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals, da schenkte der Himmel Regen, und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Sie ließen die Apostel vorführen und fragten sie, »Woher hattet ihr die Kraft, diesen Mann zu heilen? In wessen Namen habt ihr es getan?« Petrus antwortete ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist, »Führer des Volkes und seine Ältesten, wir werden hier vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben, und wir sollen Rechenschaft geben, wodurch er geheilt worden ist. Nun, ihr und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, eben dem, den ihr gekreuzigt habt und den Gott vom Tod auferweckt hat. Durch die Kraft seines Namens steht der Mann hier gesund vor euch. Auf diesen Jesus bezieht sich das Wort in den Heiligen Schriften. Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Eckstein geworden. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Die Mitglieder des Jüdischen Rates waren überrascht, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes sich verteidigten, obwohl sie offenkundig keine Gelehrten waren, sondern einfache Leute. Es war ihnen schnell klar, dass die beiden zur Gefolgschaft von Jesus gehörten. Und den Mann, der geheilt worden war, sahen sie bei ihnen stehen. So konnten sie nichts gegen ihre Aussagen vorbringen. Sie schickten Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal, berieten sich und sagten zueinander, was sollen wir mit ihnen machen? Dass ein eindeutiges Wunder durch sie geschehen ist, können wir nicht leugnen. Ganz Jerusalem hat davon gehört. Aber damit nicht noch mehr Leute im Volk davon erfahren, das war ihr Beschluss, wollen wir ihnen mit Nachdruck verbieten, zu irgendeinem Menschen unter Berufung auf diesen Namen zu sprechen. Sie riefen also die beiden wieder herein und verboten ihnen streng, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und unter Berufung auf seinen Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten ihnen, entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen noch einmal und ließen sie dann gehen. Mit Rücksicht auf das Volk wagten sie nicht, sie zu bestrafen, Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Der Mann, der auf so wunderbare Weise geheilt wurde, war nämlich von Geburt an über 40 Jahre lang gelähmt gewesen.